So machen wir wieder mit einer neuen Runde. Einen neuen Job. Und zwar schalten wir heute den Sender, Propaganda-Sender, irgend sowas. Verbraten, keine Schosse, einfach so. Oh. Figolette. Ja, das ist klar, wenn ich die Zeile drauf... Ui! Haben wir den? Oder haben wir ihn nicht? Jetzt zöne ich es besser noch an. Alles okay, zurück mit dir! Das ist so mühsam. Bereits zum Angriff. Ich ducke sich immer genau dann, wenn drauf die Zeile ist. Das ist mega schnell. Ja, da hinten wiederbelebt, da rein. Der Heiler ist noch unter. Ja, hier sind noch ein paar. Wir haben ihn rausgenommen, geil. Was ist das denn? Was hat er geladen? Ich kann drei Sender sehen und eine Handvoll Feinde. Die Verteidigungsstellung. An den Masten sollten Bedienfelder sein. Legen Sie sie still, Agent. Ich bekomme keine Medikamente. Ich bekomme immer eine Medikamentenanzeigung, wenn ich mich geheilt habe. Das habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob das nur ein gewisses Viertel hat. Oder ob ich die Medikamenten sammeln muss. Wie auch immer. Das sehe ich nicht zum Sammeln. Hier unten. Aber das ist... Dort hätte ich nicht hochkommen. Temperaturkipp. Perfekt. Wir sind wieder voll. Oh. Ich muss schnell zuerst schauen. Ich habe keinen Platz mehr. Es ist auch wieder etwas. Ich sollte jetzt gehen. Ein bisschen entschlacken. Das Materialien, Schutzstoffe, wo ich sehr viel platze. Da hat er immer noch keinen. Keinen Mod, den da reinpasst. Agent fordert Verstärkung an. Agent fordert Verstärkung an. Ich werde noch einmal verkaufen. In meinen Kisten habe ich ganz alte Artikel, die man gut verkaufen kann. ... ... ... ... Ich verkaufe auf jeden Fall das Zerlegini. Jetzt kommt die Mods. Die schlechteste Verkauf. Oh, die brauche ich eigentlich, um bestimmte Sachen zu bauen. Ich weiss nicht mehr genau was, aber ich habe mich gefragt, wie man diese Dinger herkommt. Hier ist noch ein Platz, da reicht einer. Ich brauche die Jäger nicht im Moment. Oh, das ist toll. Oh, das ist toll. Da geht irgendwie auf den Abschuss vorrichtig. Zielerfassung habe ich nichts. Und hier leider auch nichts. Aber da haben wir noch Platz. So, jetzt sind wir wieder gerüstet. Okay, ich gehe rein. Natürlich muss ich jetzt wieder schauen, ob das, was ich aufgenommen habe, besser ist. Das zeigt es mir natürlich hundertmal nicht an. Oh, das ist mir jetzt. Oh, das ist mir jetzt. Oh, das ist mir jetzt. Okay, ahne ich, was mir das hätte herrätten. schon hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt haben wir euch. Ich werde dich finden. Wir wissen, jetzt hast du ein Problem. Bein, geben da weniger. Ich geh dir Deckung. Er wird dort rumlaufen, aber das wird nicht klappen. Mein Geschütz wird hier aufhalten. Shit, mein Geschütz ist noch aktiv. Wie fühlt sich das an? Dann holen sie alle ab. Warten, bis ich nicht mehr schaue, dann kommen sie wieder von hinten. Ich bin nur noch einer versteckte. Und so, drüchte ich wieder da. Ich glaube, du bist der Letzte. Das war nicht so heldenhaft. Das kann ich nicht mal mehr. Ich will das hier sagen. Ich werde da noch mal herkommen. Dann werden wir hier nochmal herkommen. Kommunikationsrelais offline. Ich empfange keine Breitbandübertragungen von dort. Und jetzt suchen sie dieses Technikversteck. Ich könnte jetzt zwei Wege nehmen, so wie es aussieht. Ich gehe hier runter. Ich bin rein. Schau, das Schütze ist weg. Schau. Schau, das ist gleich schön. Die hole rein. Die ist mittlerweile starke Waffe. Die leveln halt mit. Die sind jetzt Level 27 und die Ausrüstung. Und ich bin ... ... aufgestiegen auf Level 27. Aber noch meine alte Ausrüstung. Die ist doch schon mal da gewesen. Da ist irgendjemand rum, der die heilt. Und die wiederbelebt. Oder sie können noch einmachen. Da ist er. Dann holt er zurück. Schnell, nimm den. Dann holt alle wieder zurück. Schwein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Dann holt alle wieder zurück. Hier auch wieder. Das ist fast da, aber immer noch nicht. Das darf nicht wahr sein. Jetzt haben wir wenigstens den Widerbeleber ausgeschaltet. Ja, klar. Oh, ich kann nicht mehr steuern. Ich bin gespannt, wer ist alles zurückgehalten. Weg, 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 weg. Das ist schon so schräg. Die Granate ist irgendwo hergeflogen, oder? Das war ganz schräg. Ich habe sie fliegen. Sie ist unter dem Boden gesucht. Einfach schlecht positioniert. Ich schieße sie nur ein. Jetzt haben wir den Weak Point getroffen. Die Widerbeleber sind echt ein Problem. Das ist schnuckend. Ich finde nichts. Jetzt werden wir abgreifen können. Jetzt werden wir abgreifen. Ich lasse noch ein Reparaturpack liegen. Ich lasse noch ein Reparaturpack liegen. Bing. Das ist schon auf der anderen Seite. Das ist schon mal das alles. Abwechse ich bevorzugt. Ich schieße Sie nicht. Ich schieße Sie nicht. Das ist schon mal an der anderen Seite. Was gibt es mit dem Abgriff? Schau. Man weiss, wo sie kommen. Das ist wieder so ein Scheiss-Heiler. Sollte er hier relativ sicher sein. Sollte er den mal downholen? Der Typ stresst. Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Ich kann dem komisch arbeiten. Aber er hat mich dafür. Schwerfalt entdeckt. Jetzt wird noch endlich! Doppelerfolg. Sie haben einen Außenposten der True Suns außer Gefecht gesetzt und Shatec in ihren Besitz gebracht. Warum kommen Sie nicht zur Basis? Dann machen wir etwas Nützliches daraus. Das leuchtet hier, aber es ist nur eine Spiegelung. Nein. Nein. Ich blieb natürlich begalb. Ich blieb natürlich begalb. Aber es ist ein Scharfschützengewehr. Jetzt habe ich die Karabiner. Er kann ziemlich schnell hintereinander schiessen. Er muss nicht immer Schüsse laden. Für das ist es eigentlich sehr stark. Das haben wir auch geholt. Jetzt können wir holen. Ich muss noch eine Aktivität machen. Ich muss noch etwas machen. Dann wollen wir zurück. Das ist es. Das ist die Pottomag Park, oder? Neue Aktivitäten erledigen. Und wieder gehe ich ganz raus. Die Frage ist, was passend wäre. Ich nehme ein paar lokale ab. Jetzt ist es ruhig nur scharf. Ich stelle ihn jetzt hier. Ich komme hier noch hoch. Ich komme hier noch hoch. Was machen wir hier? Ich mache keinen Schaden mehr. Was ist da los? Jetzt haben wir uns mit einer. Ich mache keinen Schaden mehr. Zugangsschlüssel entdeckt. Vorgang fortgesetzt. Das stimmt. 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 In dieser Stadt lauern zahllose Gefahr, Menschen, Krankheiten, Hungersnot. Agent, ein Projekt am Campus ist bereit zur Fertigstellung. Monkologe. Untertitelung des ZDF, 2020 Zudem schaue ich, was der neue Boot ist. Zudem schaue ich auch nicht. Das kann ich nicht machen. Komisch, das konnten wir z.B. nie anschauen. Es gibt keine Katze mehr, die das Zeug zeigt. Vielleicht habe ich was Sie suchen. Ich sehe es gerade. Teuer wie die Sau, aber ich habe genug Geld. Vielen Dank, Agent. So macht die Arbeit Spaß. Ich sehe es gerade nicht. Beide haben keinen Mord hier. Ich habe das blaue Zeug verkauft. Schön, dass Sie hier sind, Agent. Das wäre sicher nützlich für Sie. Das ist die falsche Waffe ausvergleicht. Ich denke, die AK hat zwei gute Werte. Ein gutes Geschäft. 5, 6, 36, 36. Sie macht zwar mehr Schaden als die Schüsse in Minuten. Aber ich könnte etwas verkaufen. Ich möchte jetzt mal die neue Sachen in die Kiste verkaufen. Wir können hier eigentlich Violett verkaufen. Das machen wir. Einfach gelbe Kiste machen. Hier haben wir einiges. Das kann ich gebrauchen. Sehr nützlich. Eine Freude mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sehr nützlich. Sie zu sehen ist eine Freude, Agent. Das kann ich nicht. Das kann ich gebrauchen. Das kann ich gebrauchen. Hier schiebe ich gelbes Zeug hinein. Hier schiebe ich die Achse und dann verkaufe ich. Alles gelbe, das wir nicht brauchen hinein. Das wäre gut. Oh, hi! Nein, shit. Verdrücken wir noch. So. Das haben wir so. Die Spitzenmateriale, falls wir das mal aufleveln können. Irgendwann geht das so. Es ist ja kein gelber Rucksack. Nicht einer. Klasse. Klasse. So geht es schneller. Verkaufen. So etwas ausmisten. Ich gehe auf Level 23 an und verkaufe mir. Eine Freude mit ihnen Geschäfte zu machen. Ich würde auch sagen, ja. Es ist eine ganze Armee ausrüstet hier. Also ich bin zufrieden. Sehr nützlich. Ein gutes Geschäft. Die Entschlackung funktioniert. Ok, ok. Motze natürlich nicht. Auch Motze habe ich im Lager. Ah, dann könnte ich diese auch noch verschieben. So viele Zerstörte. Aber diese, die ich nicht brauchen kann. Die. Sehr schön. Sehen Sie sich mein Angebot an. Wir verkaufen hier ab Stufe 26. Verkaufen. Ich würde sagen, das geht. Das kann ich gebrauchen. Ich würde sagen, das geht. Sehr nützlich. Ich würde sagen, das geht. Eine Freude mit ihnen Geschäfte zu machen. Verkaufen. Da ist so viel Schraub langsam dabei. Hier haben wir zwei, dann können wir eine verkaufen. Die werden ja alle nicht gebraucht im Moment. Ich frage mich, ob nur die gezeigt werden, die nicht im Betrieb sind. Ich würde sagen, das geht. Agent braucht Verstärkung. Ich bin zufrieden. Ich habe jetzt nicht verschwunden. Nein. Von einem Schaden habe ich eh keinen Ort gehabt. Jetzt schauen wir mal. Ja. Das ist die Gehen mit Hellig. Mhm. Immer wieder schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Mit dieser Ausstattung können wir unsere Bauvorhaben deutlich schneller umsetzen. Danke für den Fundagent. Das gibt wahrscheinlich immer Zeit bis ins Boot. Ja. 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 Mit unseren Vorräten sieht es nicht gut aus. Jede Hilfe, egal welche, wäre äusserst willkommen. Cool. Hat sich schon gelohnt. Nachschubieferung in der Nähe. Hey Agent. For God Williamson. Ja. Hier ist wieder etwas auf. Wie auch immer. Das kann man glaube ich auch nicht mehr an, wo sie durchgehen. Irgendwas ist der Benedikt wahrscheinlich nur hier zum Kontrollpunkt. Ich würde sagen, wir machen eine schnelle Reise hierher.